So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Also, nachdem wir uns die letzte Folge hier mit diesen Super-Mutanten und Riesen-Booten abgequält haben und ziemlich beinahe unsere Waffen-Mutitionen aufgebraucht haben, haben wir es geschafft, die Werkstatt hier freizuschalten. Wuhu. Ist das nicht nice? So, ähm, womit fange ich denn jetzt hier am besten an? Ich würde schon fast sagen, wo ist der Generator, glaube ich. Ja, genau, bauen wir es mir irgendwo einen kleinen Generator hin. Am besten, da hoch. Nee, hier so ist der echt ganz gut. So, und dann hätte ich ganz gerne einen Rekrutierungsleitstrahl. Oh, ich habe keinen Kopf. Kann ich hier das Ding nicht? Das Ding hier gehört zum Haus, schade. Irgendwas noch ein bisschen Kupfer bringt, please. Holz. Teppich. WTF. Schrank. Tisch. Irgendwas, was Kupfer bringt. Haben wir ja nicht, was Kupfer bringt. Hier, du brichst doch bestimmt Kupfer. Ein Kupfer, ich brauche zwei Kupfer. Naja, ich habe mich der oberen Teil noch nicht so gut umgesehen. Da haben wir bestimmt noch irgendwas mit Kupfer. Ah, hier, Mist hier, Alter. Lol. Okay. RIP. Hier, klar, rauber ist doch bestimmt ein guter Kupfer. Schade. Noch mehr Plastik. Hier, Stahl. Ich brauche doch nur ein bisschen Kupfer. Please, Spiel. Da, Kupfer. Okay, jetzt kann ich den Leitstrahl bauen. Äh, na, 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 wo ist es? Nee, nicht Energie, sondern... Ach, war das jetzt? Sonst hier ist, glaube ich. Nein, mir fehlt immer noch ein Kupfer. Warum? Spiel. Kann ich ja nicht so ein Ding verwerten. Naja, obwohl, möchte ich eh schon fast nicht machen, falls ich mich noch brauche. Oh, lol, was ist denn hier? Ach so. Ich höre die Siedlung schon auf. Hier liegt nichts Kupferartiges mal rum. Was ist mit dir? Hm, Glas. Riptisch. Verdammt, nochmal. Kein Kupfer. Das ist schon mal folgenden Start. Die Suche nach dem heiligen Kupfer. Auch nicht. Ja, gut, ein Globus. Ja, die Lampe steht eh ein bisschen useless rum. Kommode. Ach, komm schon. Alles, aber kein Kupfer. Fuck. So viel Glück kann auch nur ich haben. So, hier oben ist nicht mal irgendwelcher Loot oder so, dafür, dass das Vieh hier drin war. Das ist auch die Zeit bescheuert. Und viel bescheuert ist, dass ich keinen Kupfer dabei habe. Und wenn ich das ganze Zeug, was ich hier habe, einlagere, gehört da Kupfer dazu? Oder war es eigentlich nur, okay, jetzt hatte ich das ja aus meinem Invental genommen, alles klar. Ja, dann kann ich das auch alles wieder mitnehmen. Oh. Fuck. Ja, was bleib ich denn jetzt da? Ich habe 10 Kilo zu viel. Karasna möchte ich schon fast behalten. Was ist denn hier am meisten hier? Das ist viel, das ist viel, das ist viel, das ist viel, das ist viel und das reicht. Ja, cool, der Generator steht jetzt hier erst mal und das war es noch zu dem Thema. Jetzt im Ernst, gibt es hier nichts mehr, was Kupfer hat? Ja, cooles Haus auf jeden Fall. Und warum ist das nicht die Hauptsiedlung? Ja, noch so cooles Haus, wenn man nicht reinkommt. Extrem. Oh, da hinten gibt es was, glaube ich. Sogar gar keine Gegneransicht hier. Kommen die Gegner erst noch, oder? Oh. RIP. Käfigrüstung. Okay, die kann ich mir später nochmal ansehen. So ist ein Pfanddeckel, ob der wo Kupfer hat? Hier spätestens die Pfanne. So, noch was wegschmeißen. Tüschrot. Hier. RIP Aluminiumdose. Hat nicht gereicht. Dann. RIP Baseball. Okay, es reicht. so ich hoffe es reicht für diesen dusseligen leitstrahl das haus hier nein warum warum ist denn das hier nur auf hier oben begrenzt warum komme ich einfach das ganze dorf hier ausbauen das peige ich gerade irgendwie nicht so das werk mit dem baum oder tränken super das da war kein kopf war dabei jetzt mal im ernst weißt du was ich doch ich mache das coolere sachen karte wo genau das stimmte das war ja die radarsiedlung auf den schiffen das traum immer in der kampf gegen die gut hat mir fast das ganze level gebracht auch wenn es dafür unverhältnis viel munition gefressen hat aber was soll man machen das war es eigentlich schon ganz gut wert so zwischen nämlich das mit dem siedler hier abschließen und gehen da will elf der zu einer frau gesehen ich habe den laden gesäubert sollte jetzt sicher sein deine freunde können also kommen schön mal ausnahmsweise ein paar gute neuigkeiten zu hören übrigens wir haben beschlossen die minute man zu unterstützen genau hilft uns mal ein bisschen finde ich sehr gut soll ich mal ganz kurz hier drücken ok scheiße da wollte ich nicht schwöre ich habe mich schon mal jetzt wie gesagt gesagt aber trotzdem das einmal die audio von dem video einfach weg war und das war nicht schön genau arbeiten ok ein neues level wird da und ich werde charismater wenn es go ja ist ja cool dass bei eurer ernte gut läuft das heißt kann ich demnächst einmal ausrauben so dass ich mal noch den den rest von dieser ganzen mini insel aus und wird danach wohl weiter meines weges ziehen wobei es gar nicht mal so die gute idee ist noch weiter gegen zu laufen weil ich noch mehr so über quest annehmen muss er hat ja nie fertig ich bin für sowas hat gar nicht gemacht ich bin noch viel zu schwach für sowas eigentlich ich kann mich ja kaum durch dauernd systeme city kämpfen und mache jetzt hier schon sowas ist eigentlich völlig unverhältnismäßig aus damit ok so ist schön hier um die siedler rum ich wollte mich mal kurz vorstellen wir wollten irgendwo ein neues leben anfangen also sind wir hier es ist nicht alles wie erwartet aber wir sind bereit hart zu arbeiten um auf unser zuhause stolz sein zu können ich bin gern bereit dir zu helfen du musst es mir nur sagen nice brauchst du irgendwas um ehrlich zu sein sind unsere lebensmittel knapp wenn du da was machen könntest wäre das toll also cool ich deem hier ein bisschen was pflanzen hey äiiii geh weg von ähh na 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 ressourcen und essen so ein paar karotten kann ich den hier hinstellen kein thema aber ein bisschen mais kann er haben und wo es geht noch so hin hier war gerade noch ein platz scheiße vielleicht hier so rein hier so wie sieht es mit wasser aus was nein so energie haben war ja aber ich habe kein gummi ich werde mal aus aus der anderen siedlung ein bisschen was ran holen müssen aber hauptsache die haben erst was zu essen so ich hoffe kümmert sich auch einer drum das war's ich will nur ein bisschen handeln eigentlich will ich dir zuweisen aber wird geld kann ich das einfach so machen halten auswählen nie in die erde mit ihr ok eigentlich müsste das ist quasi hier der typ darum kümmern ja super ok so wie zu der siedlung so ich wollte es noch mal den rest von dem ganzen dorf hier kunden die waren aber tagsüber noch nicht da ne was zum weg ok vielleicht lassen wir das erst mal was ist da los was machen die da das ist minute man denn er kämpft damit man lebt noch den helfe ich mal ok die leben noch wie kämpfen ihren ok ich kann nicht die jungen würde schützen neu was haben die denn was haben die für equip alter headshot nice glückstreffer lol guter hund so noch ein bisschen was die politische schießen suchen naja so richtig jucken tut ihr das auch nicht ne weiter mit mann noch eis eis cool so wo ist die dort so hatte mit mir das überlebt mit minute man hallo ist es geht ab oder aber auch nur bei nacht was das gebiet unter kontrolle was für waffen haben kann ich nicht einfach abziehen oder so speichern mal schade naja gut war ja ein versuch wert alter fangen die man ja die gegend sprengt krass metallrüstung ist die gut genug ich gucke mal was sie mir bringt ok bringt mir auf jeden fall schon mal ein bisschen mehr def das ist nett aber jetzt trage ich so viel kann ich irgendwas wegwerfen irgendwas dünnloses das habe ich denn schrott das ist mir das ist mir zu viel home plate oder ja ich habe mal den löcher weg und das hier weg ich tue jetzt mal den ganzen staff lagern den ich habe den ganzen schrott dann kann ich immer noch weiter das zeug aufnehmen ich muss echt die versorgungsrouten hier mal in anspruch nehmen aber sich da bin dauert es echt noch eine weile so was habe ich noch alles dabei das gerade mal so wenig schrott war ich dachte schon das wäre was ok jetzt kann ich sogar nicht feuerlöscher wieder mitnehmen die feuerlöscher kommt nämlich extrem an ja und in dem wäre es nur halb so cool die sniper ist echt nice aus dem magazin so groß ist das irgendwie eine besondere waffe oder so das präzision schützen magazin magazin gar nicht da egal so habe ich nicht voll schätzen gemacht ja 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 muss den mül schon mitnehmen so die pistole nehme ich auch noch mit und das reicht noch erstmal ja bei dem minuten man läuft auf jeden fall die können mich auch zu unterstützen so warum leuchtet hinten so grün was ist das stimmen blume ja pilz fast dasselbe mit heilnehmer erwarten wir hier drin ist noch irgendwas böses das ist das da unten also weiß der noch ganz friedlich aus hier drin mal ein ort ohne gegner es wäre ein wunder Sniper station komme ich irgendwie unterfall schaden runter ich bin tot oh lol ok nehme ich so hin ok was ist hier hinten jetzt noch das ist hier so unglaublich leuchtet keine gegnernsicht was ist hier ist nochmal extra gebäude gesellschaft für meereskunde hier könnte ich reingehen sonst gibt es hier das ist ein extra ort wirklich diese eine haus hier ist ein extra ort warum warum macht man sowas integriert doch in die map ein einziger schluck mehrwasser kann hunderttausende süd umland und organismen enthalten ähm roboter wo bist du ich höre direkt neben mir aber hier ist niemand da hey du es geht jetzt ok ich versuche mich umzubringen es ist ein anfang es ist noch so einer komme ich auch direkt wieder raus eine waffenwerkbank ja ich kann erst mal mitnehmen ja erst eine runde sitzen vielleicht finde ich ja hier auch das nötige kupfer aber so ich möchte wieder aufstehen spielen dankeschön ok gibt es hier auch welche besonderen items die ich mitnehmen müsste ich sehe eigentlich soweit nichts einfach nur ziemlich netter ort oh gib mir den money shot oh mal als ob es einfach ganz gerade ist ne fast na geht doch ja so so weiß ich nehme es gern so eine runde aus dem klo saufen was ist das mit der mucke was ist das mit der mucke oh radex vortech lunchbox ok das war von quest gegenstand also war das hier schon mal nicht ganz umsonst so das ist alles nichts ausgezeichnet das ist nice ok ich hätte die lampe spiel das spiel das spiel ok da war die verfügbar da komme ich raus ok und nämlich erstmal alles mitgenommen vielleicht auch noch etwas spannendes für mich warte mir gibt es noch was oder ha ha kaputte lampe alles was irgendwie kopf verbringt ob sie den kopf verbringen könnte so komme ich da noch irgendwie rein Leute hat ja einer einer drogen gebaut oder was cool 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 ok da drüben komme ich wohl nicht rein oder ich glaube nicht dass ich das schloss knacken kann experte naja gut also bin ich jetzt mal fertig erledigt schade ok jetzt könnte ich mal ins andere gebäude gehen und gucken was da so abgeht ich bin schon fast skeptisch dass da was ist aber klar rein kann man ja immer nur für den fall dass noch ein paar raider drin sind hau ich immer ab man sieht da was die raider hier alles aushalten was zum fick doch mehr was gefunden was sind das so geräusche was bin ich ich habe es mir schon fast gedacht so hier will ich auf jeden fall noch ein schade zu einfach cool so haben wir uns noch ein bisschen gut gut nice nice immer her mit den guten sachen geil 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 das kann sich dann direkt nach oben einlagern das muss noch nicht zusehen dass ich an diesen jähnlichen jägern vorbeikomme lauf 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 ok was ist hier ok was ist hier und wenn es